hallo und willkommen zu diesem video wie ihr seht habe ich die phoenix 6 in der hand und es gibt eine neue beta software für diese uhr wer keine beta ausprobieren möchte dem kann ich nur sagen dass die jetzt vorgestellten features wahrscheinlich bald dann auch in einer feine in einem update released werden also keine sorgen machen das kommt dann in wahrscheinlich zwei bis drei wochen sowieso zu euch das ist jetzt hier die beta 1974 und hier gibt es ein paar neuerungen und zwar gibt es zahlreiche neue sportarten ich habe hier oben schon mal ein paar hinzugefügt zum beispiel ist jetzt neue cardio dann dieses high intensity training heißt das glaube ich also hit dann haben wir jetzt ebike e mtb biketour und wenn wir hier runter gehen auf hinzufügen sind ebenfalls zahlreiche neue sportarten hinzugekommen cyclocross gravel bike bike commute dann road bike ist neu da hat sich einiges getan wirklich viele sachen hier bouldern zum beispiel war glaube ich noch nicht drin oder indoor klettern jetzt hat man hier verschiedenen langlauf sachen drin also es hat sich wirklich ordentlich was getan hier wurde einiges aufgerüstet ja das wird demnächst dann kommen in den neuen in der neuen software und was haben sie noch verbessert sie haben die ladezeiten der wegpunkte verbessert und noch ein paar andere kleine verbesserung betrefft des blutsauerstoff der blutsauerstoff messung connect iq verbesserung dann gibt es jetzt einen alarm wenn die batterie relativ leer ist während man musik synkt das auch neu ja ansonsten halt die verschiedenen neuen sportarten sind halt neu das war es jetzt soweit ich das hier sehe die liste ist jetzt nicht allzu lang aber es tut sich was und das ist ja wichtig dass es ständig weitergeht ich wünsche euch viel spaß damit wie gesagt ihr könnt die beta ausprobieren ist im video verlinkt ich sage tschüss bis zum nächsten mal